Jetzt den Dr. Banks Minecraft Schülerkalender bestellen für den guten Zweck. Auf Amazon oder ab 31.05. in jeder Buchhandlung. Hey, meine Rabeauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit der Lensky. Hallo. Die Welt ist einfach die blauen Haare. Okay, Leute, wir sind wieder bei Erwin Amaraldo und Rudolf Robinho in der Mine. Und die haben ein neues Update für uns, weil ich glaube der Rudolf... Genau, die Mine habt ihr ja easy geschafft, aber packt ihr auch unseren neuen Tunnel. Ah, da, guck mal. Hier ist ein Tunnel. Aha. Jo, was denn das, ey? Keine Ahnung, das müssen wir gleich mal rausfinden. Das sieht voll cool aus. Das ist ein Tunnel, okay. Zweiter Tunnel. Der ist ja dann bestimmt hier, oder? Zweiter Tunnel. Nee. Ah, ja, ja. Oh, Alter, das sieht übel krass aus. Jo. Okay, zweiter Tunnel. Mega. Okay, wir müssen gleich mal im Shop gucken, was das überhaupt ist. Ja, der dritte Tunnel. Ups. Ich glaube schon, oder? Nee. Nee. Ah, doch, warte, hier, glaube ich. Das ist ein Schweine. Wir haben falsch angefangen. Ah, hier ist der dritte. Der ist auch mega cool mit Enstein. Ach so. Alter, okay. Ja, moin. Okay, dann müssen wir gleich mal gucken, was das ist. Das ist ja mega nice. Okay, der Bagger ist natürlich noch da, Leute. Haben wir in der letzten Episode geschafft. Bam, ne? Können wir einsetzen und können jetzt hier, äh, können jetzt baggern. Okay, wenn ich mir die Tasten gemerkt hätte, da wäre es natürlich einfacher. Ah, ja, ja, ja. Oh, er guckt, seht. Hier. Äh, aha. Hallo, hallo. Mega krass. Ich bin nämlich überfordert. Ach, oh, Idinas. Ach, Leute. Idina ist die Baggermeisterin. Die kann es wie besser als ich. Ich bin die Baggermeisterin. So, wir haben ja den Rubinenschlüssel, genau. Der nächste Schlüssel, den Jade-Schlüssel, ist die nächste, äh, die nächste Mine. Okay, wir brauchen 64 Rubine, Idina, für den Jade-Schlüssel. Okay, alles klar. Ja, Mann, Spitzhacke. Let's go. Und du mit dem Bagger, Alter. Lieg mal los, Idina. Drück mal E. E? Hast du schon Rubine? 15, ja. Die hab ich gesammelt. Was? Nein, die hab ich rausgenommen. Nö. Die hab ich rausgenommen. Ich hab die mit dem Bagger gesammelt. Nein. Natürlich. Ich hab jetzt 52. Hä, Alter, ist der Bagger OP. Hä, aber du sammelst die irgendwie unterirdisch, kann das sein? Ja, Alter, Idina, du sammelst die unterirdisch alles. So. Du Cheater, dropp mir die mal. Wir haben schon genug, ey, für den ersten Schlüssel. Jetzt hab ich ein Stack und noch 28. Alter, der Bagger ist absolut OP. Leider bringt er uns bei dem Tunnel nix, aber der ist echt heftig. Okay, äh, wir kaufen uns den Jade-Schlüssel. Damit haben wir den Jade-Tunnel freigeschaltet. Sehr schön. Außerdem, was hat denn hier Rudolf, der Gute? Oh ja, ein paar Kisten, Leute. Ein paar Kisten. Wir brauchen unbedingt Essen, ey. Ich hab schon Hunger. Das heißt, es wird hier aber schon nix Zeit für eine Kartoffel... Alter, ein Kartoffelauflauf. Aber den gibt's leider nicht. Gibt nur normale Kartoffeln. Müssen wir die halt nehmen, Leute. Idina, wir haben genug Rubiner. Hilfe mal mit den Kisten jetzt hier. Okay. Wir brauchen Essen. Ich hab Hunger. Du hast auch Hunger, oder? Ähm, ich hab... Nee, ich hab gegessen. Ich hab heute gegessen... Pommes. Ah ja, was? Pommes? Ja. Ja gut, ich esse Kartoffeln. Das ist ja fast das Gleiche. Warte, ich kann noch ein bisschen droppen. So. Danke. Ähm, so. Okay, Kohle haben sollten wir noch im Ofen. Okay. Ah, es gibt zwei neue Baumaschinen für Mondstein. Okay, das heißt, das... Okay, warte, es gibt Jade, dann kommt Onyx und dann kommt Mondstein. Okay, es gibt zwei neue Maschinen und vier neue Spitzhacken. Okay, ich kaufe mir die Jade-Spitzhacke. Okay, Idina. Dann kann ich dir Diamant geben. Da, bitteschön. Wir müssen in den Jade-Tunnel. Den haben wir nämlich freigeschaltet jetzt. Let's go. Let's go, go, Power Rangers. Lass mal einen Wettbewerb machen. Pass auf, du machst... Ja, ja, genau. Also ich mach hier, du machst da. Wir machen einen Wettbewerb, der schneller ist, okay? Ja, okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Mal sehen, ob Jade schneller ist. Hörst du Diamant besser als Jade, oder wie? Pass auf, stopp bei drei, ja? Eins, zwei, drei. Ah, okay. Hä, warst du jetzt schneller? Ja. Ja, ich war schneller. Ja, ein bisschen. Alter. Okay, Jade. Alter. Hä, warte mal, was hat denn die jetzt hier? Okay, wir haben Charge Speed 4. Hä, warum lachst du? Ja, weil ich schneller war. Hä? Okay. Wir brauchen eine ganze Menge Jade, Alter. Ich hab 23, 24, 25. So. Wir müssen gleich mal gucken. Wir brauchen... Also wir kaufen uns auf jeden Fall den Onyx-Schlüssel für Jade und die bessere Spitzhacke. Und die müsste dann besser als Diamant sein, weil ich glaub, die ist schneller. Warte mal, wir können das mal ganz kurz gucken. Oh, Edina kann ja in der Zwischenzeit das Jade abbauen. Ja. Jo, hier, was auch wir brauchen. Ja, genau, 64 für den Onyx-Schlüssel. Genau, und jetzt hier. Jade ist regular und hat Diamant-Level und hat Speed 6. Onyx ist auch regular, hat auch Diamant, also Level Diamant 2, aber hat Speed 8. Okay, das ist mega nice. Ich bin gespannt, Leute. Okay, die ist ziemlich OP dann. Hast du schon 64? 64? 63? Alter. Dann kauf dir mal die Spitzhacke, Edina. Kauf dir mal die Onyx-Spitzhacke. Okay, mach ich. Bin ich mal gespannt, Alter. Die geht, glaub ich... Oh, Job mit Diamant, die ist besser. Ich will Diamant. Dankeschön. Bei was heißt besser? Die waren ja fast gleich gut, ne? Bei Rudolf oder bei wem? Ach, bei Rudolf. Bei Rudolf. Das sieht aus wie eine Steinspitzhacke. Aber ist Onyx, Alter. Unterschätzt die nicht. Okay. Ich glaube, jetzt gewinnst du den. Let's go! Lass Wettbewerb machen. Nein, genau nebeneinander. Das ist mega cool. Warte, ich mach die noch weg. Ich nehme Diamant jetzt. Ja, Diamant ist ja Spitzen, Alter. Okay, okay. Auf die Plätze. Fertig. Los! What? Oh, Mist. War aber gleich schnell. War aber gleich schnell, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, du kannst die noch aufladen irgendwie. Guck mal, die Stats. Da steht irgendwie so Supercharge oder so. Aber genau hab ich das auch nicht verstanden, wie das geht, du. Jo, ich hab ja schon längst genug. Hey, wo hab ich die alle her? Hä? Da muss ich, wo fleißig. So. Äh, nee, nee, nee. Okay, wir kaufen den Onyx-Schlüssel. Eingekauft. Jawollski. So. Okay, wir machen die Jade, Leute. Wenn wir die schon haben. So, das brauchen wir nicht. Mehr Essen haben wir. Okay, Onyx. Hier. Tö, 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 tö. Die neue Mine. Oder der neue Tunnel, eher gesagt. Aha, das sieht auch krass aus, Alter. Hier. Heftig. Okay, dann zeig mal mit deiner Spitzsacke, was du drauf hast in dir. Hier? Ja. Die da mit drin? Ja, du bist ja schneller. Ich hab ja nur Jade. Egal, sobald wir 64 haben, hol ich mir die, ähm, die... Welche ist denn die nächste Spitzsacke? Ähm, Tortellini. Tortellini-Spitzsacke? Ja. Da haben wir die Essen gefüllt, mit was sie gefüllt. Spinat. Boah, ich hätte mir jetzt eher Bolognese gewünscht, du. Aber Spinat ist auch okay. Mondstein-Spitzhacke. Okay. Speed 9. Das heißt, die ist noch mal schneller. Okay. Und Charge-Speed hat die auch. Ich weiß aber nicht genau, was Charge-Speed ist. Er steht von einem Cheater, steht hier. Gekauft. Es gibt aber noch eine bessere, Alter. Passt mal auf hier. Und zwar, äh, die Super-Charge. Die ist ja aufgeladen, Alter. Speed 13. Und die hat Harvest-Level 4. Alter, die muss so krass dann sein. Alter, die hat, äh, die hat hier selten halt super. 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 So. Mondstein. Mondstein für 64. Warum 64 Mondsteine? Ich hab, äh, 4. Du wirst Wettbewerb machen. Pass auf. Ja. Warte, ich muss mich jetzt zu dir vorarbeiten. Nimm mal Diamant. Ich will mit Diamant vergleichen. Diamantos? Hier, da. Habt ihr Diamantos auch? Auf die Plätze. Fertig. Los. Bis zu der Bahn. Ach so, will ich es nicht gleich. Boah, ich zieh dich so ab, oder? Ja. Ja, ja, ich glaube. Ja, 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 locker. Locker, 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 locker. Okay, haben wir jetzt genug? Ne, noch nicht. Hallo, Elina. Chill. Ich habe 57. Oh, dann rück mal rüber. Dann kauf ich den Schlüssel kurz. Aber es ist kurz. Wir können dann in die nächste Mine direkt auch. 64 habe ich sogar. Hallo. Boom. Jawohl. So. Aber wir könnten eigentlich mal den Bagger da reinfahren, ne? Das waren wir der letzten. Hier rein. Es gibt ja eh neue Maschinen. Wir brauchen den Bagger gar nicht. Mondstein-Schlüssel. Okay, nice, nice, nice. Jetzt können wir in den Mondstein-Tunnel. Was haben wir hier noch? Okay. Jetzt brauchen wir 64 für diese Supercharged-Spitzhacke. Und nochmal 64 für einen, ich weiß nicht, für einen Bulldozer. Und 32 für nochmal so ein anderes Ding. Also wir brauchen jetzt mega viel, Elina. Wo sind die nochmal? Ah, da. Wir brauchen jetzt übel viel. Mega viel. Habe ich schon gesagt, wie viel wir brauchen? Mega viel. Ja. Aber die sehen geil aus, die Dinger, Alter. Das muss man sagen. Oh ja, das sieht schon cool aus. Vielleicht hat die ja dann eine Spezialfähigkeit, weil die ist ja super charged. Also super aufgeladen. Aufgeladen klingt so, dass man irgendwie so einen Super-Modus aktivieren kann. Aktiviert. Alter, da baue ich so voll viele mit einmal ab. Oh mein Gott, mega. Ja, wer hat jetzt eine Chance, Elina, hä? Alter, kein Bagger der Welt, Alter. Alter, ich baue neun Blöcke mit einmal ab. Heftig, Mann. Boah, das verbraucht aber ganz schön viel Energie. Schon ein Ding weg. Boah, das ist aber heftig, ne? Ho. Alter Schwede. Hier willst du auch mal probieren? Da. Ja, sicher. Da. Bitte schön. Okay. Wir haben jetzt genug. Das heißt, ich kann jetzt zurück und kann mir direkt mal die beiden Baumaschinen da kaufen. Mal gucken, was die drauf haben. Aua. Warte mal hier. Hallo. Haben wir alles. Ja, hier. Haben wir auch alles. Okay. Den Loader und den Roadroller. Okay. So, ich bin mal gespannt. Wollen wir den jetzt hier in den Tunnel platzieren? Ich weiß nicht, ob die da hinpassen, Elina. Alter, wie sieht das denn aus? Ja. So laufe ich auch immer mit meinen Werkzeugen. Ich platziere immer hier, das ist besser. Alter. Oh, Mann. Das ist so ein Bagger. Okay, mega geil. Aber das platzieren wir den hier mal. Alter. Jo. Zack. Achso, wir brauchen ja wieder Benzin-Menschenskinder. Oh, Mist. Rollen. Das ist kein nix, Alter. Oh, sorry, Elina. Aua, du hast rumgefahren. Das ist für den Leidenschaft nicht mit der Absicht. Das ist kein nix, Alter. Ich dachte, das kann das runter, so Bulldozern. Hä? Ja, das ist doch aber eine Planierraub, oder nicht? Ah, aber vielleicht für irgendwas anderes? Erde oder so? Weiß es nicht, Elina. Ich bin sehr enttäuscht hier von unserer Investition. Warte mal, vielleicht muss ich eine Spezialfähigkeit aktivieren. Warte. Aua, Aua. Habe ich das gemacht? Nein. Schade. Boah, weiß ich auch nicht, ey. Nee, kein Bock mehr darauf. Tschüss. So. Elina, du musst das Ding mal hier, geh mal in den Benzin-Kanister. Hier. Ah. Oh. Tut mir leid, Erwin. Mach ich mit Absicht. Jetzt musst du das hier versuchen abzubauen. Also du musst irgendwie... Ja, aber das Ding ist kaputt. Das kann man nicht bewegen. Versuch du mal, ob du das kannst. Also ein bisschen hast du schon eingesammelt. Ja, ja. Ein bisschen übel viel, glaube ich sogar. Ja gut, nur im Ton, aber. Ja, versuch du mal, die Schaufel zu senken. Irgendwie ist die kaputt. Nee, die kannst du auch nicht senken. Ach so, aber so Bagger könntest du doch auch. Also so ein bisschen. Nein. Ja, aber Rudolf hat uns voll den Mist verkauft, den mit den Maschinen. Mensch, Rudolf, was hast du da denn hier angeboten? Rudolf, das war ein Prank. Der Bagger ist ja mit Abstand die geilste Sache. Guckt mal an, hier einen schon verdient. Immer noch einen. Hier. Ach so, ihn hat schon alles weggefahren. Hier, das ist das Problem. Wartet mal, hier. So. Wir müssen weiter nach unten. So. Der Bagger ist viel nicer. Guckt dir den mal an, hier. Okay, die Steuerung ist übelst schwer. Aber. Dafür muss man natürlich auch den Bagger, äh, führern. Hier, siehst du das? Ja, ja, ja. Da. Wie cool der Bagger ist, Alter. Hier, einfach mal 34 schon verdient. Und was kann das andere Ding? Bulldozer? Gar nix. Likes. Mann, 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 Mann. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ich fasse zusammen. Wir haben auch nix gefunden. Jade und Mondstein. Mega nice. Neue Maschinen geht auf, neue Spitzhacken. Ich bin gespannt, was du noch für... Alter, der Bulldozer, was geht denn hier ab? Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr noch eine Episode sehen wollt. Und wissen, wie die Geschichte weitergeht. Abonniert meinen Kanal direkt auch kostenlos. Wenn ihr nichts verpassen wollt, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und dann haut rein, Leute. Bis morgen, euer Benson. Tschö. 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 Tschö.